gib mir dann auch wenn wir spezifische sachen von dem vier haben müssen müssen wir auch auf die dinger zu zielen halten ja ich weiß dann du bist ein monster hunter experte mein hat mein headset rutscht vor den augen dass wir dieses stirnband in die gedinger über den kopf kommt da denkt mir jetzt im gesicht ja ich kann das nicht hochschieben dann gehört mich an leckweg er sieht dann aus als hätte ich so ein visier vor den augen er konzentriert ich mal auf den damal ich muss meine kraft hat ihn aber jetzt ja weckt mich ich habe den angriffen auf feuerschaden machen oh gott hinlegen und rollen da ich bin tot war aber der ist wütend ich verwechsel immer einmal der springt erst und dann rennt er auf 1 und ich verwechsel den sprung immer mit dem anderen rennen weil ich viel zu früh aus in die fresse dreimal 69 so muss ich mache immer so 77 ja ich habe schon einiges an den ding mit so normalen schuss oder ja ja da mache ich nur 36 waren aufgeladen ich habe auch gar nichts aber dass die auch gerade erst eingesetzt die auch zum ersten mal ein vogel ich konnte auch nichts hochballern oder irgendwie sport ja ich kann auch nur über den griff und so hochballern daniel die anderen sachen kann ich auch nicht hochballern ich weiß nicht das ist los heute habe ich das nicht ich mache mir aus dem schwanz eine halskette ja oder ein beinkettchen sobald ja auch manchmal sollte irgendwie drei schwerter da hast weil er weiß nicht etwa cool ich glaube der macht jetzt wieder sehr sein feuerkugel atem da ich glaube es war b er hat wie ich zu treffen wird ein bisschen schwierig mit dem ding hatte ich schon befürchtet weil er ziemlich schnell sehe ich selber wieder dann voll verspätet wie schon woanders mit mitten in den arsch sieben monat das hört sich fast wie 0 700 in die fresse oder zerschmerzt nein war dieses bis meine axt leuchtet weiß nicht wieso die freut sich geben mir dein schwanz ich glaube die monster die müssen vor uns beschützt werden ganz ehrlich die sexuell zu belästigen ich meine schalbrennen er ist von gucci schwanz ja ich habe auch ein bisschen schwanz bekommen ich lebe noch und jetzt bin ich ja dann würde ich gerade meine heilung einsetzen dann war ich habe noch hier vier heilung habe ich noch aber ich habe noch eine spritze aber ich habe noch eine ich will mich die ganze zeit heilen und dann verwecke ich sofort ich schnapp mir dass sie im alleingang ein mann gegen das gibt dir dann gibt die ich denke das ist immer genug irgendwie einfach nur zur seite zu laufen aber das kann nur ich sagen jetzt haben wir so aus als gilt hat er müsste bedenken er hat eine ziemlich breite kiste ja ich lade auf das hat gesehen überschlag gemacht ja ja ich glaube das war eine betäubung er frisst das war übelst kratzer weil wir sind auch so dass ich überschlagen hatte heftig mitten im lauf ja ich habe nur gesehen wenn er bei mir irgendwie aus dem bildschirm war er hat über die rüber geflogen hat wohl den überschlag gemacht direkt mich also jogi holz hatten oder das holz brennen ja ja ich habe viele dinge auf dem ding ab okay cd idee habe ich ja ist eine gäste kann ich die aufmachen ja ich sammle ja noch ob die stein die steine da weiß ich ja nicht blumen für meine rüste ich brauche das ja für irgendwas ich weiß nicht ich kenne die sachen die mich auswärtig ich dachte was dafür schon gefunden ich bin schon am kämpfen ich habe doch schon den kampf wo man hier ich glaube auch gegen natürlich ja da bist du ich habe da unten noch erz eingesammelt kämpfte er ich dachte hier sind jetzt zweifelig auf einmal ich helfe auf einer distanz da es ist im wasser da ist irgendwie kontraproduktiv da habe ich eigentlich nur aus versehen geworfen immer noch sein schwanz hat die so gut ich arbeite doch das war keine kritik irgendwie mal von mir geben ich habe schon drauf geguckt ja dann guckt immer nur auf mein schwert ich habe den schwanz hat bekommen habe ich jetzt nicht drauf geachtet ich nehme an ja und der dann sagte noch du kannst du mit der pistole den schwanz nicht abschießen ich kann eine ameise das linke auge weg schießen dann und ich schieße daneben da kommt oh gut muss war tot dadurch schön die idee die 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 die